Hallo, herzlich willkommen zurück zu Little Nightmares 2. Dann geht es jetzt auf nach unten. Nach unten. Jetzt wo ich den Schlüssel habe. Es kann nur gut werden. Es wird absolut furchtbar. Glaube ich. Ich weiß es nicht. Das sind nur Bäume draußen. Oder? Ja, gut. Ich bin nicht paranoid. Ich glaube, das kostet mich echt, keine Ahnung, 10 Jahre meines Lebens. Schauen wir mal, was hinter dieser wunderschönen Tür ist. Oh Gott. Was ist das? Okay, hier geht es anscheinend zur Küche oder so. Und irgendwas oder irgendwer macht super viel Lärm. Äh, Moment. Ah, da oben ist ein... Okay. Ich bin da gleich schon hin oder... Muss ich erst noch hier drüben rein. Ah, ist tatsächlich was. Oh. Noch so ein Geist. Okay, warte. Oh, da liegt doch... Oh. Okay. Ich gehe dann mal wieder... Bin ich da schon drunter? Ich weiß es jetzt nicht. Ich kletter jetzt einfach mal hier hoch und hoffe mal, dass ich nah genug an der Klappe dran bin. Manchmal echt Schwierigkeiten, so Sachen räumlich einzuschätzen. Oh mein Gott. Okay, den haue ich gleich mit der Suppenkelle. Gott, da oben sitzt auch noch einer. Geil. Ah, und da hinten ist auch noch einer. Oh mein Gott. Kommt die denn alle her? Was ist denn hier los? Oh. Damn. Oh. Noch jemand? Gott. Okay, anscheinend nicht. Gott, was ist denn hier los? Ah. Hab ich einen neuen Hut gefunden. Oder eine neue Tarnung. Muss ich den festhalten? Oder trägt der... Okay, der erträgt den automatisch. Okay, ich bin einer von euch. Okay. Oh mein Gott, da sind echt... Ja, scheiße. Das hätte ich mit der Suppenkelle nicht hingekriegt. Oh mein Gott. Was zum Geier. Kinder sind toll. Kinder sind was ganz Wunderbare. Nein, ich weiß nicht. Das sind ja auch keine Kinder. Das sind ja... Keine Ahnung. Irgendwelche bestörten Puppen. Okay. Ah. Okay, warte. Jetzt bin ich unter den Tisch lang. Was macht der da mit dem Top? Okay, ich warte hier rüber. Ich dachte, der will den auch auf die rüberhaut hier. Das möchte ich jetzt schnell weg, bevor der noch den Kuchen hinterher steht wahrscheinlich. Was ist das für eine Schule? Was sind das für Gnome eigentlich hier? Oh mein Gott. Hä, der hat nur einen halben Kopf und der lebt trotzdem noch? Aber ich habe bei den anderen habe ich die doch auch so kaputt gemacht. Und die waren dann weg. Der haut mir doch gleich hier die Lampe an. Die Rübe, oder? Okay, oder auch nicht. Oder ich haue mir selber meine Rübe kaputt. Aber Gott sei Dank. Okay, da muss ich irgendwie... Kann ich da eine Scherbe dran werfen? Nee. Kann ich den Stuhl da hinwerfen? Ach nee, das ist ein Glas. Aber ich... Ich kann es ja mal versuchen. Okay, das funktioniert nicht. Ich brauche irgendwas anderes. Was glänzt da so schön? Was ist das? Nichts. Müll. Okay. Ich hoffe, hier ist irgendwo was. Ah. Dieses Glas eventuell. Nein! Nein! Okay, neuer Versuch. Und hier hoch. Wieder runter und wieder hoch. Nein. Ich erst abspringe und dann drücken zum Festhalten. So wird ein Schuh draus. Nein, stell das wieder hin, bitte. Danke. Ach, so. Ah. Nein. Oh. Das wird doch irgendwie zu machen sein, verdammt. Aber das ist schon... Ja, doch, das... Aber das ist schon richtig, ne? Weil eigentlich... Ja, ne, woanders komme ich jetzt... Nicht lang, also... So, ich bin jetzt ganz oben. Und hänge. Oh mein Gott. Jetzt bloß nicht los. Oh. Und... Okay, ich schwinge irgendwie ein bisschen... Äh, äh. Was ist denn hier los? Äh. Oh Gott. Ich glaube, ich müsste eigentlich so schräg schwingen und dann... Dahin, wo... Oh Gott. Das ist ja jetzt richtig kack. Scheiße. Oh nein. Ich glaube, ich muss dahin, wo das so angeleuchtet ist. Oh. Oh. Und jetzt bleibe ich immer da an dieser Kack-Lampe hängen. Oh. Nein. Das ist so eine Scheiße. Okay, ich kann auch versuchen, ob ich irgendwie so ganz knapp da dran vorbeischwingen kann. Ohne hängen zu bleiben. Oh mein Gott. Das hat geklappt. Boah. So. Huh. Okay. Äh. Warte, kann ich hier runterklettern? Nein. Shit. Ah. Ich wollte klettern. Ich... Ah, Mann. Ist mir nicht das Glas hier unten? Nee. Scheiße. Ist mich das alles nochmal bar... Oh mein Gott. Okay. Äh. Okay. Aber wie geht denn das? Ich kann doch auch irgendwie, wenn ich hier so kannten bin oder so. Hä? Da ging das. Okay. Kann ich das... Ich kann das oben einfach nicht machen. Okay. Gut. Schade. Naja. Und... Hä? Und... Hä? Ich habe... Ich hoffe, das hat keiner gehört. Nein, jetzt häng ich da schon wieder fest. Ich kriege das hin. Ich kriege das hin. Ich kriege das hin. Mit Geduld. Nur nicht zu früh abspringen. Scheiße. Das war zu früh. Das war zu früh. Ich jetzt versuch 395 und ich werd langsame Sauer. Komm schon. Schwing. Schwing. Ach, Gott sei Dank. So. Okay, soweit es gut. So nicht runterfallen hier. Ah, da ist auch ein Haken. Komm ich vielleicht... Oh Gott, bitte fall nicht runter! Junge! Vielleicht komm ich mit dem runter. Ich muss den nur treffen irgendwie. Okay, warte. Ja! Oh mein Gott! Oh! Gott sei Dank! Nach 100 Jahren hab ich es endlich geschafft. So. Dann nehmen wir dieses, äh, vorm schöne Gehirn. Oh mein Gott! Oh nein! Nicht die schon wieder! Hier ist nix! Oh Gott! Hier warte, da unten kann ich mich verstecken, da kann ich mich verstecken. Boah! Ih, was hat die da? Will ich's wissen eigentlich nicht. Da hinten sind irgendwelche Hände. Auch schön. Ich glaub die gute Dame, die macht gerne, äh, Eingekochtes. Scheiße, kann ich hier bleiben oder dass die mich... Okay. Boah! Okay. Ich weiß nicht, kommt die gleich wieder zurück, oder? Ah! Hilfe! Ja. Ah, scheiße, das ist da oben. Okay, da muss ich... Ich muss über den Tisch. Super. Aber da habe ich ja richtig Bock drauf. Okay, ähm... Hier kann ich, glaube ich, hochklettern. Oh. Oh Gott, ich hoffe, ich werfe hier nichts um. Ich habe echt ein bisschen Schiss. Nein! Scheiße. Ah! Fuck. Nein, scheiße. Kacke! Ich bin super angespannt. Nichts. Nee, bitte geh zurück. Bitte geh wieder weg. Oh, ich hab Angst. Nein. Oh mein Gott. Oh, ich hab so Puls. Oh mein Gott. Jetzt da irgendwo hin. Nee, okay. Oh mein Gott. Ah, großartig. Oh je. Okay. Ähm. Soll ich die... Okay, warte. Ich lock die jetzt alle einzeln zu mir. Mal gucken, ob das klappt. Nein, scheiße. Oh mein Gott. Oh mein Gott, okay. Okay, es hat... Sag ich mal, bedingt klappt. Sagen wir es mal so. Ah. Ich muss nur schauen, dass ich... Hä? Kommt die jetzt nicht zu mir? Oh scheiße, jetzt hat's mich gleich mit umgeholt rein. Okay, äh... Lustig. Ähm. Nein. Dreck. Ich hab gedacht... Ach shit. Okay, warte. Okay, warte. Äh... Andere Taktik. Nein. Ah shit. Ich hab... Ach komm. Mann. Okay. Dann noch ne andere Taktik. Na komm. Na komm. So. Noch jemand? Sonst noch jemand? Ich will den bitte mitnehmen, danke. Oh Gott, mir krachen bestimmt gleich irgendwelche Schränke auf mich drauf, ich seh's jetzt schon kommen. Oder die greifen mich jetzt hier von allen Seiten. Ah ja, da geht's ja schon. Ah scheiße! Nein! Kacke! Wieso hat er den losgemacht? Das ist ein Dreck! Okay. Komm, nimm den Hammer bitte. So, jetzt. Okay, ich hab vermutlich losgelassen, seien wir mal ehrlich. Hä? Scheiße. Der muss die doch eigentlich treffen, das geht doch gar nicht. Hm. Oder muss ich einfach warten, bis die nicht anspringen? Ich hab ein bisschen Angst hier auf den Teppich zu gehen, bevor die mir gleich wieder so einen Eimer in die Fresse schmeißen. Ich hab bestimmt gleich wieder welche. Ja, oder sowas halt. Meine Freundin. Okay. Oh, der ist kaputt gekommen. Hallo? Geht's dir gut? Hallo? Hallo? Oh Gott. Oh Gott. Komm, wir gehen jetzt gemeinsam, Hand in Hand. Bis zu diesem Fenster. Und dann muss ich dich leider loslassen. Und das müssen wir jetzt irgendwie anders machen. Oh. Okay, jetzt gehen wir erstmal in ein neben Gebäude. Oh, ein Klavier. Jo. War ich mir so froh, dass die wieder mit dabei waren. Das war so einsam. Das war echt doof. Hat das eine Kurbel? Okay. Oh. Tada! Okay, ich schätze mal, wir werden jetzt mit dem Klavier... ...durch den Boden brechen müssen. Okay. Und eins. Müssen wir im Abwechslung springen? Oder... Warte, wäre es nicht sinnvoll, wenn wir beide gleichzeitig springen würden? Okay, anscheinend nicht. Da. Oh, mein Gott. ...dududududum. Äh... Ja, nun. Ja, ich bin schon da. Danke. Oh. Geil. Ähm. Okay, der hat den Schlüssel. Und da unten ist ein... Oh, okay. Oh, Gott sei Dank. Oh, sie ist ein Engel. Okay. So, jetzt. Ah. Okay, so, wir haben den Schlüssel. Das heißt, wir können jetzt hier drüben rein. Das machen wir doch auch glatt. Oh, no. Okay, ich gehe noch mal kurz die Waffe holen. So. Sicher, sicher. Huch. Das sieht so aus, als müssten wir da gleich nochmal jemand, äh... ...eine dranhauen. Um es mal freundlich auszudrücken. Also, sicher ist sicher. Wahrscheinlich... Ah, da liegt auch was. Ah ja, okay. Wunsch habe ich nicht gesehen. Nein, scheiße. Ah. Kacke. Okay, weißt du was? Dann machen wir das jetzt anders. Dann nehme ich jetzt nämlich die Waffe. Was macht sie? Was machst du da? Oh. Oh, ich hoffe, ich hau hier jetzt keine dran. Okay. Anscheinend nicht. Gruselige Musik. Danke. Du bist die Beste. Okay, ich würde sagen, ich gucke dann mal in der nächsten Folge, wer da so schön Klavier spielt. Und verabschiede mich an der Stelle und hoffe, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss. 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 Tschüss.